Modul 6 – Digitale Werkzeuge für Projekte Wir haben uns jetzt schon eine ganze Reihe von Ansätzen angeschaut, die bei der Planung und Umsetzung von Projekten helfen. Viele Projekte nutzen auch digitale Werkzeuge, um ihre Arbeit einfacher zu machen. In diesem Modul wollen wir euch einen Überblick geben, was ihr dabei nutzen könnt. Es gilt, einfacher ist oft besser, denn die beste Software nützt euch nichts, wenn die meisten Leute im Team nicht damit klarkommen. Am besten sind die Werkzeuge, die viele im Team schon kennen oder auf die sie zumindest Lust haben. Wenn ihr an digitale Werkzeuge in Projekten denkt, dann geht es oft um eine oder mehrere der folgenden Funktionen. Kommunikation – da geht es um Treffen oder um Austausch, Zwischentreffen. Transparenz – hier braucht ihr was für Ablage von Projektdateien, weitere Infos, aber auch für gemeinsame Bearbeitung und Updates. Und zu guter Letzt Visualisierung – während des Planungsprozesses oder auch während der Umsetzung des Projektes. Wenn ihr euch für diese Funktionen Software aussuchen wollt, dann habt ihr oft die Wahl zwischen verschiedenen Optionen. Und eine wichtige Abwägung, die ihr treffen müsst, ist die Abwägung zwischen freien Programmen und kommerziellen Lösungen. Freie Programme sind oft datensparsamer, aber haben den Nachteil, dass sie manchmal selbst installiert werden müssen und nicht immer ganz so intuitiv zu bedienen sind. Wir haben die hier in grün markiert. Und dann gibt es oft kommerzielle Lösungen. Die sind oft einfacher zu benutzen als freie Lösungen, sind besser gewartet, mehr Leute kennen sie schon, aber Nachteil, die kosten dann auch Geld oder sammeln eure Daten und nutzen sie dann später für Werbung. In allen Fällen gilt, wenn ihr personenbezogene Daten speichert, dann achtet darauf, dass die Daten in der EU bleiben und ausreichend geschützt sind vor Fremdzugriffen. Schauen wir uns die verschiedenen Kategorien mal etwas genauer an. Für die Kommunikation in Projekten könnt ihr euch folgende Werkzeuge überlegen. Zum Beispiel für Online-Meetings gibt es an freien Lösungen Jitsi, das ist gut für so kleinere Gruppen, oder BigBlueButton, das kann auch größere Gruppen und Breakout-Räume, aber muss auf einem eigenen Server laufen. Und an kommerziellen Lösungen gibt es sowas wie Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex und so weiter und so fort. Chat-Programme gibt es auch eine ganze Menge. An den freien Lösungen nutze ich gerade sehr viel Signal. Wenn ihr mehrere Kanäle nutzen wollt, ist Rocket Chat auch eine ziemlich gute Lösung. Und im kommerziellen Bereich gibt es da dann Microsoft Teams, das wird relativ viel genutzt, Slack gibt es, Discord und, und, und. Schaut, was die Leute bei euch im Team schon nutzen. Und natürlich, es gibt E-Mail. Da ist es oft hilfreich, nicht die E-Mail-Adressen direkt anzuschreiben, sondern vielleicht eine Mailing-Liste einzurichten. Nächste Kategorie, Transparenz in Projekten. Wie können wir dafür sorgen, dass alle auf die richtigen Dateien und Daten zugreifen können? Da gibt es für die Dateiablage so Sachen wie im freien Bereich Nextcloud zum Beispiel und im kommerziellen Bereich sowas wie OneDrive, Google Drive, Dropbox ist noch eine Lösung, Box.com und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe. Was aber was Schönes als Zusatzfunktion ist, wenn ihr auch die Daten direkt schon auch online bearbeiten könnt und womöglich gleichzeitig auf eine Datei zugreifen könnt. Das können viele dieser Dateiablage-Lösungen auch. Wenn ihr nur so eine gemeinsame Bearbeitung braucht, dann guckt euch vielleicht sowas an wie CryptPad. Das ist eine freie Lösung. Oder Notion, das wäre eine kommerzielle Lösung. Und dann gibt es die dritte Kategorie, Visualisierung für Projekte. Hier haben wir Programme, die ihr für bestimmte Darstellungen im Projektmanagement nutzen könnt. Zum Beispiel für euren Projektüberblick, das Diagramm. Gibt es sowas wie Y-Add oder Draw.io im freien Bereich. Das sind beides Programme, die immer nur eine Person nutzen kann. Das heißt, wenn ihr die gemeinsam einsetzen wollt, dann nutzt sowas wie Screensharing, um alle zusammen drauf gucken zu können. Im kommerziellen Bereich, aber gehostet in Europa, gibt es dann sowas wie Conceptboard und Flinger. Das sind schöne kollaborative Whiteboards, wo ihr Grafiken erstellen könnt. Miro ist ein beliebtes kommerzielles, was in den USA gehostet wird. Und dann gibt es sowas wie Canva, mit dem ihr alle möglichen Grafiken erstellen könnt, unter anderem Diagramme. Und dann habt ihr die Ablaufpläne, also der Gesamtablauf des Projektes mit allen Aufgaben, allen Schritten am Kalender. Da gibt es im freien Bereich sowas wie Open Project, im kommerziellen Bereich Microsoft Project. Was ich relativ oft nutze für sowas, ist ein einfaches Tabellenkalkulationsprogramm, Google Spreadsheet, Microsoft Excel und so weiter. Und zu guter Letzt gibt es dann den Aufgabenstatus. Da haben wir schon dieses Kanban-Format kennengelernt dafür. Im freien Bereich könnt ihr das machen. Zum Beispiel CryptPad hat ein Kanban. Im kommerziellen Bereich gibt es sowas wie Trello. Das ist relativ beliebt. Microsoft Teams hat eine Funktionalität eingebaut, die heißt Planner. Die könnt ihr auch nutzen. Oder Notion lässt sich auch so einrichten. Für eure Aufgabe zu diesem Modul würde ich euch gerne einladen, eine Liste der digitalen Werkzeuge zu machen, die ihr gerade bei euch im Projekt nutzt. Und mal zu schauen, was erfüllt eigentlich welche Funktion? Und gibt es was, wo ihr sagt, das fehlt, das möchten wir ausprobieren? Und schaut dann auch nochmal, braucht ihr zusätzliche Werkzeuge oder könnt ihr einfach die bestehenden nochmal besser einrichten und besser nutzen, Leuten nochmal erklären, wie das funktioniert? Wenn ihr euch digitale Werkzeuge anschaut, werdet ihr sehen, dass diese oft eine ganze Menge an Funktionalität haben. Im Normalfall braucht ihr nicht alles. Und ihr braucht auch nicht alles verstehen. Wie so oft gilt hier auch, schaut so ein bisschen drauf, was für euch und euer Projekt gut funktioniert und wo es hakt. Denn da könnt ihr dann rangehen und anpassen, wie ihr digital zusammenarbeitet. Nochmal schauen, gibt es eine solche Funktion, brauchen wir ein neues Tool oder müssen wir das bestehende Tool einfach ein bisschen anders einrichten? Manchmal muss man auch einfach das kreative Chaos ab und zu mal aufräumen. Und auch von meiner Seite aus die Einladung zur Geduld miteinander. Denn manchmal nutzen wir nicht alle, alle Werkzeuge genau gleich. Und manche von uns brauchen etwas mehr Zeit dabei. Denkt auch dran, die digitale Welt verändert sich ständig. Wir haben euch hier unten noch ein paar weiterführende Quellen zusammengestellt, wo ihr Infos finden könnt, die immer dann up to date sind. Ihr findet da auch ein Formular und da würde ich euch einladen, mit uns gemeinsam zu sammeln, was für Werkzeuge wir Kursteilnehmenden eigentlich in unseren Projekten nutzen. Die Antworten sind alle anonym, aber sie sind für alle sichtbar. Deswegen füllt es aus und schaut gerne auch nochmal auf die Antworten, denn vielleicht findet ihr noch neue Inspirationen. Und dann können wir uns noch Kaplan anschauen. Vielen Dank.